Musik Und ich kriege diese extra 300 bei den verschiedensten Begrüdern und bei Metcalfe zu holen. In der neuen Kombination Airways. Und ich kriege diese extra 300 bei den verschiedenen Begrüdern und bei Metcalfe zu holen. In der neuen Kombination Airways. Ein aeroplane wird in der Red Bull Air Race dieses Wochenende mit Tempelhof. Dieser kleine Schark von einem aeroplane. Es ist wirklich ein schönes Ding zu fliegen. Fullspan Ailerons. Huge rudder. Huge Ailerons. Perfectly balanced und perfectly designed für world-class aerobatics. Die extra 300 ist von der extra 200 geworden. Und dass man mit ihr Kunstflug in der höchsten Leistungslasse mitspielen kann. Sie nimmt bei den Neuropa und Weltmeisterschaftlern den Wettkämpfen in einer Gilde teil. Mit dem französischen Kapp, dem russischen Beuys und Jax. Und kann Ihnen das was er sagen. Die extra 300. Mit 300 Raufauer Lykomic Flank 6 in der Nose. Built completely of carbon fiber and glass fiber. Kabel ist in der Standard plus and minus 23 G. Beautiful tower von Klaus, da. Die Rollrate dieses Flugzeuges sind bis 400 Watt pro Sekunde. Mit 9 Kilo Folie. Sozusagen umgefärbt auf die Teilnahme bei den Red Bull Air 6 in diesem Jahr in die Welt. Die Rollrate des Flugzeuges sind bis 400 Watt pro Sekunde und 460 Watt pro Sekunde. Der Kiel ist in der Nose. Und ist in der Runde. Hier ist die Runde. Und hier ist die Runde. Und hier ist die Runde. Mit Ihnen zur Händler sammestelle. Damit du deine Eltern wieder bekommst. Natascha Karius bitte zum nächsten Polizisten. Und dann findest du auch deine Eltern wieder. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020